Die Mehrheit der Zuschauer dieses Videos hat ein Problem. Ein Problem, das von der Weltgesundheitsorganisation schon vor Jahren als Epidemie eingestuft wurde. Und zwar schlafen wir angeblich nicht genug. Aber ist es wirklich notwendig, ein Drittel seines Lebens zu verschlafen? Was passiert überhaupt, wenn wir schlafen? Und wie können wir Schlaf nutzen, um schneller zu lernen und dabei trotzdem gesünder und glücklicher zu sein? All das in diesem Video. Auf geht's! Hallo Leute, herzlich willkommen zum heutigen Video. Ein Video, das ich schon seit langem machen wollte, denn was beim Schlafen in unserem Körper abgeht, ist wirklich extrem faszinierend. Einige der Sachen, die ich euch heute erzähle, konnte ich selbst erst kaum glauben, als ich sie zum ersten Mal gehört bzw. gelesen habe. Denn ich will euch im heutigen Video nicht einfach meine Meinung sagen, sondern ich stütze mich ganz stark auf dieses Buch. Why We Sleep, internationaler Bestseller, großartiges Buch, ich habe es schon zweimal gelesen. Der Autor Matthew Walker ist Professor für Neurowissenschaft in Berkeley, vorher war er in Harvard und ist einer der führenden Schlafforscher auf der Welt. Was ich dir heute erzähle, so unglaublich einiges davon klingen mag, sind also keine wilden Theorien, sondern Ergebnis jahrzehntelanger wissenschaftlicher Arbeit. Wenn du solche Buchzusammenfassungen übrigens gut findest, dann sollte ich dir kurz von Blinkist erzählen, die waren nämlich cool genug, um das heutige Video zu sponsern. Dafür an dieser Stelle herzlichen Dank. Blinkist ist eine App für Zusammenfassungen von Sachbüchern. Ich selbst habe die App vor einigen Jahren entdeckt, als ich in Paris studierte. Da musste ich nämlich jeden Tag relativ lange mit Bus und Bahn in den Süden fahren zur École Polytechnique. Und auf diesen Fahrten habe ich sehr viele Zusammenfassungen von Sachbüchern gelesen bzw. gehört. Man kann diese sogenannten Blinks nämlich nicht nur lesen, sondern sich auch vorlesen lassen und man kann sie natürlich offline speichern für unterwegs. Blinkist hat eine ziemlich große Bibliothek von über 3000 Sachbüchern, von denen jedes in ungefähr 15 Minuten zusammengefasst wird. Kategorisch sind sie relativ breit aufgestellt. Da gibt es im Prinzip alle Themen, zu denen es Sachbücher gibt, von Produktivität über Psychologie zu Wissenschaft, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Aber es gibt natürlich auch die Neuerscheinungen, viele aktuelle Bücher und es kommen jeden Monat ungefähr 40 neue Blinks dazu. Übrigens, diese Blinks gibt es auf Deutsch und Englisch und neuerdings haben sie sogar eingeführt, dass sie teilweise ganze Hörbücher in voller Länge anbieten und sogar einige Podcasts. Wenn das für dich spannend klingt, dann geh auf blinkist.de slash Niklas Steenfert. Damit bekommst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium, das du aber vorher 7 Tage kostenlos testen kannst. Und damit zurück zum Video. Die größte Frage, die sich beim Schlafen erst mal stellt, ist das Warum? Evolutionär gesehen scheint das ja auf Anhieb nicht so sinnvoll, wenn man einfach mal 8 Stunden nichts tut bzw. dabei noch extrem angreifbar ist. Erst vor recht kurzer Zeit, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, haben Forscher festgestellt, dass Schlaf keineswegs ein Ruhezustand ist, sondern dass da sehr viel im Körper passiert. Wahrscheinlich weißt du schon, dass es im Schlafen zwei Phasen gibt. Zum einen die Rapid Eye Movement Phase, kurz REM Phase, in der sich, naja, die Augen schnell hin und her bewegen und in der man träumt und die andere Phase, unkreativ, Non-REM Phase genannt. Man kann heutzutage messen, in welcher Phase sich ein schlafender Mensch gerade befindet und dann kann man ein sogenanntes Hypnogramm malen. Da sieht man ganz schön, wie sich REM und Nicht-REM abwechseln und man sieht auch, dass der Anteil von REM-Schlaf in den Morgenstunden immer größer wird. Man sieht auch, dass hier nochmal zwischen leichteren und tieferen Nicht-REM-Stadien unterschieden wird. Und interessanterweise ist es gerade in den absoluten Tiefschlafphasen, dass etwas Spannendes passiert. Wenn man nämlich mal die Gehirnwellen misst, dann findet man zwischen Wachzustand und REM-Schlaf im Prinzip keinen Unterschied. Völliges Chaos. Aber in diesem tiefen Nicht-REM-Schlaf, da findet man so ein langsames, sehr regelmäßiges Muster. Die Analogie ist hier ein Fußballstadion voll mit Gehirnzellen. Wenn wir wach sind oder wenn wir träumen, dann rufen alle Zellen wild durcheinander und man hört dieses typische Stadion rauschen. Aber wenn wir im Tiefschlaf sind, dann singen alle Zellen im Einklang. Aber wozu das Ganze? Welche Funktion hat das? Die spannendste Funktion ist, wie ich finde, das Lernen bzw. das Gedächtnis. Man kann da folgendes Experiment machen. Wir nehmen zwei Gruppen von Leuten und die müssen alle ganz viel auswendig lernen. Die eine Gruppe wird dann für einige Stunden schlafen geschickt. Die andere Gruppe macht in der gleichen Zeit im Prinzip gar nichts. Und dann kann man ganz stark beobachten, dass die Gruppe, die geschlafen hat, das Gelernte wesentlich besser kann. Und dass sie es besser können, als sie es vor dem Schlafen noch konnten, als sie es gerade gelernt hatten. Außerdem sieht man, dass die Gruppe, die geschlafen hat, plötzlich viel aufnahmefähiger für neues Wissen ist. Was da passiert ist, ist eine Übertragung von Informationen aus dem Kurzzeit in den Langzeitspeicher. Und das kann man sogar messen. Man kann während die Versuchspersonen schlafen eine elektrische Strömung messen zwischen dem Hippocampus und dem Langzeitspeicher. Informatiker würden sagen, das Gehirn funktioniert wie ein Write-Back-Cache oder vielleicht einfacher wie ein Word-Dokument. Während man das schreibt, befindet sich das Geschriebene ja bereits auf dem Computer, sonst könnte es nicht angezeigt werden. Es befindet sich im Arbeitsspeicher. Und erst wenn man auf Speichern drückt, dann wird es aus dem Arbeitsspeicher auf die Festplatte übertragen. Und das passiert bei uns im Schlaf. Umso problematischer deshalb, dass gerade viele Studenten in den Klausur-Lernphasen oft den Schlaf vernachlässigen und auch mal die ganze Nacht durchlernen. Das ist tatsächlich extrem kontraproduktiv. Wer besonders effektiv und effizient lernen will, der macht das Gegenteil. Der macht sogar extra noch mal Mittagsschlaf. Damit er das, was er morgens gelernt hat, schon mal verarbeiten kann und wieder Platz für neues Wissenschaft. Der REM-Schlaf hat übrigens ähnliche Wirkung, wobei es da etwas weniger um das Auswendiglernen reiner Fakten geht und mehr um das Formen von Verbindung. Studien zeigen, dass REM-Schlaf uns dabei hilft, uns komplexe Sachverhalte einzuprägen. Er fördert außerdem unsere Problemlösungsfähigkeit und unsere Kreativität. Das kann die Kreativität sein, die ein Mathematiker oder Programmierer braucht, um besonders raffinierte Lösungen zu finden. Das kann auch die Kreativität eines Paul McCartneys sein, dem ja angeblich die Melodie zu Let It Be im Traum erschienen ist. REM-Schlaf ist übrigens auch ganz stark verantwortlich für die emotionale Verarbeitung. Ihm ist es zu verdanken, dass wir uns an Erlebnisse erinnern können, die uns mal sehr schockiert oder vielleicht sehr traurig gemacht haben, ohne jetzt bei der Erinnerung immer wieder die gleichen Gefühle durchleben zu müssen. Posttraumatische Belastungsstörungen werden übrigens daher auch unter anderem mit einem Medikament behandelt, das die REM-Schlafqualität fördert. Insgesamt hat das Schlafen also einen sehr großen Konsolidierungseffekt. Das kennt man auch sprichwörtlich, man soll über ein Problem erstmal schlafen und das merke ich selbst immer. Wenn ich zum Beispiel abends ein Klavierstück übe und an irgendeiner Stelle einfach nicht weiterkomme, dann gehe ich ins Bett und am nächsten Morgen kann ich es einfach. Nicht weil Zeit verstrichen ist, sondern weil ich im Schlaf weiter geübt habe, viel effektiver geübt habe. Und deshalb ist es so tragisch, wenn gerade Menschen, die besonders viel leisten wollen, ihren Schlaf reduzieren. Sie erreichen damit genau das Gegenteil. Also, selbst wenn es einem nicht so wichtig ist, besonders lange zu leben – zum Thema Gesundheit kommen wir gleich noch – dann ist schon für das Hier und Jetzt Schlaf wirklich das Allerletzte, woran man sparen sollte. Gerade dann, wenn man kurz vor einer wichtigen Prüfung steht, eine Firma gründet oder sonst eine anspruchsvolle Karriere anstrebt. Das Leute absichtlich auf Schlaf verzichten. In dem Irrglauben, dass sie dadurch produktiver werden, ist aber noch das geringste Problem. Um zu verstehen, warum Schlaf tatsächlich immer mehr zu einem globalen Gesundheitsrisiko wird, müssen wir uns einmal angucken, was den Schlaf überhaupt steuert. Das sind im Wesentlichen zwei Mechanismen. Während du dieses Video schaust, bildet sich in deinem Gehirn nämlich eine Substanz namens Adenosin. Die erzeugt den sogenannten Schlafdruck. Mit jeder Minute, die du wach bist, erhöht sich die Adenosin-Konzentration in deinem Gehirn und damit wächst der Schlafdruck, bis du irgendwann nicht mehr wieder stehen kannst und unbedingt einschlafen musst. Beim Schlafen passiert dann das genaue Gegenteil. Das Adenosin wird wieder abgebaut und so geht es jeden Tag hin und her. Allerdings gibt es heutzutage gegen den Adenosin-Schlafdruck ein sehr beliebtes Mittel und zwar die nach Öl am zweitmeisten gehandelte Ware auf der Welt Kaffee bzw. das darin enthaltene Koffein. Koffein blockiert unsere Adenosin-Rezeptoren, das heißt im Gehirn wird trotzdem immer weiter Adenosin aufgebaut, es kann aber vorübergehend seine Wirkung nicht entfalten. Heißt natürlich auch, dass dann hinterher, wenn das Koffein nachlässt, der Schlafdruck umso überwältigender wird, weil sich ja die ganze Zeit kontinuierlich die Adenosin-Konzentration trotzdem erhöht hat. Ganz so schnell geht das allerdings nicht. Koffein hat im Körper eine Halbwertszeit von ungefähr fünf bis sieben Stunden. Das heißt fünf bis sieben Stunden, nachdem du den Kaffee getrunken hast, ist das Koffein nicht weg, sondern die Hälfte ist noch da. Es sei übrigens auch gesagt, dass entkoffeinierter Kaffee nicht kein Koffein, sondern einfach weniger Koffein enthält. Das heißt man kann das durchaus kompensieren, indem man davon mehrere Tassen trinkt oder indem man es kurz vorm Schlafengehen trinkt und dann kann es sich ebenso negativ auf den Schlaf auswirken. Jetzt hat aber wahrscheinlich jeder schon mal erlebt, dass wenn man mal richtig schlecht geschlafen hat bzw. gar nicht oder sehr wenig geschlafen hat, dass man dann morgens trotzdem so einen Energieschub bekommt. Wie kann das sein, wenn doch die Adenosin-Konzentration die ganze Zeit immer weiter zunimmt? Die Antwort ist, dass der Schlafdruck eben nur die Hälfte des Systems ist. Die andere ist der zirkadiane Rhythmus. Wir Menschen haben nämlich eine sehr genaue innere Uhr. Das meine ich nicht nur sprichwörtlich. Wir haben wirklich in unserem Gehirn eine Uhr, die da heißt Nucleus Suprachiasmaticus. Dieser Kern, dieser innere Schrittmacher steuert unseren Tag-Nacht-Rhythmus mit Hilfe des Melatonin-Hormons. Und unser ganzer Körper richtet sich nach diesem Rhythmus. Das geht von der Körpertemperatur über die Urinmenge bis hin natürlich zum Schlafbedürfnis. Hier ist ein Bild dieses berühmten zirkadianen Rhythmus, den wir alle gemeinsam haben und man sieht auch sehr schön die berühmte Nachmittagsmüdigkeit. Die liegt nämlich keinesfalls nur am fetten Mittagessen, sondern ist genetisch vorprogrammiert. Das legt übrigens nahe, dass der Mittagsschlaf, die Siesta, keinesfalls etwas künstliches, gesellschaftlich antrainiertes, sondern etwas urnatürliches ist. Allerdings muss gesagt werden, dass wir zwar alle insgesamt den gleichen Rhythmus haben, der aber individuell verschoben sein kann. Es gibt genetisch bedingt Langschläfer und Frühaufsteher, Eulen und Lärchen. Da kann man nichts gegen machen. Das ist der sogenannte Chronotyp. Und wahrscheinlich hat die Evolution das extra so angelegt, damit die meiste Zeit jemand wach halten kann. Und es sind nun mal ungefähr 30 Prozent der Bevölkerung Nachtäulen. Die werden aber in unserer modernen Gesellschaft systematisch diskriminiert. Durch frühe Arbeits- und noch viel schlimmer frühe Schulzeiten. Die Schule fängt ja teilweise um 8 Uhr morgens an und das ist besonders kritisch, weil gerade Teenager einen späteren zirkadianen Rhythmus haben. Das kann man nachweisen, dass sich der Rhythmus über die Zeit des Lebens verschiebt. Es ist völlig unverantwortlich, junge Leute früh aus dem Bett zu holen und sie damit ihres wertvollen REM-Schlafs zu berauben, der ja gerade in den Morgenstunden stattfindet. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir in einigen Jahrzehnten als Gesellschaft darauf genauso kritisch zurückblicken, wie wir das jetzt auf das einstige Rauchen am Familientisch tun. Wer in jungen Jahren weniger schläft, der lernt weniger, kann sich schlechter konzentrieren und entwickelt einen niedrigeren IQ. Ganz zu schweigen von den gesundheitlichen Folgen, zu denen ich gleich noch was sage. Selbst wenn man nun die Schulzeit gut überstanden hat und in der glücklichen Position ist, vielleicht nicht besonders früh zur Arbeit zu müssen, dann gibt es immer noch ein Problem, das uns dieser Herr da eingebrockt hat. Das ist Thomas Edison und das Problem ist natürlich elektrisches Licht. Unser zirkadianer Rhythmus geht nämlich im Schnitt ungefähr 24 Stunden und 15 Minuten. Das ist eigentlich zu lang, aber das ist nicht so schlimm, denn unsere innere Uhr, dieser suprachirismatische Kern, der synchronisiert sich jeden Tag aufs Neue mit Hilfe des Lichts. Da hat die Evolution allerdings die Rechnung ohne den Wirt gemacht und nicht vorhergesehen, dass wir plötzlich noch spätabends tageshellem Licht ausgesetzt sind. Das alles zusammen, elektrisches Licht in Form von Glühbirnen und Smartphone Displays, Gesellschaftsstrukturen zu Wider unseres Chronotyps, Jetlag, häufiger Koffeinkonsum, warme Schlafplätze, auch das total unnatürlich. All das reduziert nicht nur unsere Schlafquantität, sondern auch die Schlafqualität und hat uns eine Situation eingebrockt, deren Ernsthaftigkeit man nicht unterschätzen sollte. Denn Schlaf macht uns nicht nur produktiver, intelligenter und schöner, sondern auch gesünder. Ich habe schon oft diesen Spruch gehört, schlafen kannst du, wenn du tot bist. Dabei gibt es ironischerweise erstaunlich viele Belege dafür, dass man besonders schnell tot ist, wenn man wenig schläft. Längerer Schlaf bedeutet längeres Leben. Und es gibt kaum einen Teil unseres Körpers, der nicht leidet, wenn wir zu wenig schlafen. Einige davon waren mir bekannt, zum Beispiel, dass wenig Schlafen tendenziell dick macht, das Immunsystem schwächt und natürlich die Psyche beeinträchtigt, die mentale Gesundheit. Andere hingegen haben mich überrascht. Zum Beispiel erhöht Schlafmangel drastisch das Risiko auf Krebs, Herzinfarkte und Alzheimer. Außerdem haben Männer, die regelmäßig nur 5-6 Stunden schlafen, deutlich geringere Testosteronspiegel und sind weniger fruchtbar. Und trotzdem begegnet man immer wieder Leuten, die sagen, ich brauche nur 6 Stunden Schlaf. Wir sind leider sehr schlecht darin, das wirklich selbst einzuschätzen. Die Wissenschaft empfiehlt für die allermeisten Menschen 8 Stunden Schlaf. Generell 7-9 Stunden. Sobald es unter 7 Stunden geht, kann man sofort messen, wie es dem Körper schlechter geht. Besonders eindrucksvoll zeigt sich, dass jedes Jahr in einem riesigen Experiment, in dem anderthalb Milliarden Teilnehmer nur eine einzige Stunde weniger schlafen als sonst. Das ist die Umstellung auf die Sommerzeit. In den Tagen nach dieser Zeitumstellung steigt die Anzahl der Herzinfarkte in den Notaufnahmen um 24%. Das muss man sich mal reinziehen. Von Autounfällen ganz zu schweigen. Das ist ja übrigens auch noch ein Phänomen, das müdes Fahren ja viel mehr Unfälle verursacht jedes Jahr als betrunkenes Fahren, gesellschaftlich aber viel weniger geächtet wird. Alkohol ist sowieso ein ganz gutes Stichwort. Ich muss gestehen, das war eines der Kapitel in Matthew Walkers Buch, das ich besonders schweren Herzens gelesen habe. Alkohol und übrigens auch Gras ist nämlich ein besonders effektiver REM-Schlaf-Blocker. Besonders beeindruckt hat mich das folgende Experiment. Eine Gruppe von Leuten muss ein komplexes, neues Konzept lernen. So eine Art Grammatik, wie eine Programmiersprache. Eine Woche später werden sie abgefragt. Allerdings hat eine Hälfte der Gruppe am dritten Tag nach dem Lernen abends vor dem Schlafen Alkohol bekommen. Und zwar ungefähr zwei bis drei Wodka-Shots mit Orangensaft, je nach Körpergewicht. Beim Test am Ende konnten diese Leute nur 40% so viel wie die anderen. Gebt euch das mal. Die waren nüchtern beim Lernen, die waren nüchtern als sie getestet wurden und haben nur am dritten Tag eine Nacht lang ihren REM-Schlaf blockiert mit dieser Menge an Alkohol. Und das hat so einen wesentlichen Unterschied auf den Lernerfolg gemacht. Besonders drastisch und tragisch kann man REM-Schlafmangel übrigens bei Alkoholikern beobachten. Die haben natürlich über ganz lange Zeit viel zu wenig REM-Schlaf. Und das kann so extrem werden, dass dann irgendwann, gerade wenn der Alkohol endlich mal entzogen wird, der Körper sich mit aller Kraft und Verzweiflung diesen REM-Schlaf wiederholt. Selbst wenn die Person eigentlich wach ist, das nennt man dann Delirium. Insgesamt lautet also die traurige Botschaft, wenn uns unser Köpfchen wichtig ist, dann sollten wir uns nur noch morgens betrinken. Das ist alles schwere Kost, ich weiß. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Aber positiv betrachtet ist es irgendwie doch auch sehr faszinierend und fast magisch, was der Schlaf alles für uns leisten kann. Wenn du dich jetzt fragst, ob du genug bzw. gut genug schläfst, dann habe ich einen Schnelltest für dich. Kannst du um 10 bis 11 Uhr morgens wieder einschlafen? Und brauchst du vormittags Koffein, um gut und produktiv arbeiten zu können? Wenn du auf mindestens eine der Fragen mit Ja antwortest, dann kriegst du wahrscheinlich nicht genug bzw. keinen besonders guten Schlaf. Die Lösung lautet da auf keinen Fall Schlaftabletten. Davor warnt der Autor Prof. Walker übrigens auch sehr deutlich, die haben ihre eigenen gesundheitlichen Konsequenzen, sondern lieber erstmal an all den möglichen natürlichen Schrauben zu drehen. Ich habe zum Beispiel gerade auf meinem Instagram-Profil eine lange Liste mit Tipps veröffentlicht, wie du deine Schlafqualität verbessern kannst. Denn stell dir vor, es gäbe ein Medikament, das dich länger leben lässt, das dein Gedächtnis verbessert, dich kreativer macht, dich attraktiver und sportlicher macht. Das drastisch dein Risiko für Krebs, Demenz, Diabetes, Herzinfarkte und Schlaganfälle reduziert. Das dich weniger anfällig für Erkältung, Grippe und wahrscheinlich selbst Corona macht. Ein Medikament, nach dem du dich insgesamt besser, motivierter und weniger ängstlich fühlst. Wer würde davon nicht so viel wie möglich nehmen? In diesem Sinne, danke, dass du das Video bis hier geguckt hast. Ich hoffe, es war eine gute Anregung. Wenn du mit irgendwas nicht einverstanden bist, beschwere dich bei Prof. Walker. Es sind seine Forschungsergebnisse, die ich hier zusammengefasst habe. Wenn du das Video interessant fandest und noch tiefer gehen willst, dann gib dem Video natürlich erstmal einen Daumen hoch als Dankeschön und ich kann dir empfehlen, vielleicht einmal selbst das Buch zu lesen. Ich habe den Link dazu in die Beschreibung gepackt. Wobei man da schon sagen muss, dass das Buch recht ausführlich ist. Da muss man also etwas Geduld mitbringen. Vor allem kann ich dir aber noch empfehlen, wenn dich das Thema interessiert, dir unbedingt mal den Auftritt von Prof. Walker in Joe Rogans Podcast anzugucken. Auch dazu ist der Link in der Beschreibung. Der Mann ist wirklich sympathisch. Ich muss sagen, ich habe glaube ich noch nie so gerne jemandem zugehört, wie er zwei Stunden über dasselbe Thema spricht. Wenn du meinen Kanal neu entdeckt hast, dann herzlich willkommen, guck dich gerne um, klick auf Abonnieren, damit du das nächste Video nicht verpasst und schreib mir unbedingt deine Meinung in die Kommentare. Teile das Video mit deinen Freunden, Lehrern und Bildungsministern, ist ein wichtiges Thema und vor allem schlaf gut. Bis zum nächsten Mal.